hallo und recht herzlich willkommen hier auf meinem kanal zu rocket league lang ist es her wobei lang ist es gar nicht her weil ich mache in bestimmten abschnitten gebe ich euch ja das video material aber ich möchte bevor ich jetzt auf darauf eingehe was euch jetzt gleich erwartet möchte ich mich erst mal bedanken für mittlerweile 362 abos ihr seid der wahnsinn ihr seid hammer und ich habe zwar keine cam aber ich würde jetzt für euch tanzen weil wirklich ich freue mich mega stark darauf es ist dass der kanal ich glaube jetzt mittlerweile 67 monate lass mich nicht lügen könnten sieben monate sein dass der kanal so boomt ist wirklich überraschend für mich und ist einfach ein zeichen ja danke also ich kann einfach nur danke dafür sagen und ich hoffe natürlich auch viele weitere videos viele geile let's place also rocket league ist natürlich ein geiles geiles projekt von mir aber es wird natürlich sehr viele themen kommen also ich spiele aktuell dressy girl live mit diesem youtube turnier dann spiele ich ja auch has of titans das kommt verdammt gut bei euch an sowie rocket league aber es wird auch bei zeil kommen ich habe mich schlau gemacht weil ich wollte mal seils sagen aber seil wird auch kommen es wird geil und darauf freue ich mich also ihr könnt gerne mit dabei sein die ganze zeit und ich würde jetzt sagen ich schnack gar nicht mehr so lange nämlich ich habe nämlich eine überraschung wenn kalips ist nämlich auch mit am start den hole ich jetzt gleich dazu er macht jetzt nämlich gerade auch seine einführung und dann würde ich sagen ich lade ihn mal ein und unterbreche ihn mal und wird sagen wir suchen mal ich hole ihn mal dazu gruppeneinladung tja da ist er hallöchen da bist du ja was sind das so für geile felgen die will ich auch haben du bist im rocket was weiter aber oder auf 66 bin ich 64 bekommst du die ich bin auf 45 ja okay du suchtest ganz schön ich muss sich ich trainiere auch wie ein über ja also die felgen ich glaube die habe ich auch und die also ich habe auch einen fokus auf diese felgen macht ich will die auch haben safe auf jeden fall ich will ich die haben die sehen auch richtig bombe raus ich fühle die auch dann würde ich sagen damit wir leveln wir gehen doch direkt in zwei versus zwei rein oder was hast du auf jeden fall da bin ich voll dabei okay dann mache ich das komplett tief ich gehe jetzt kalt rein konntest du denn schon was üben oder gehst du auch kalt rein ich bin auf stufe 66 natürlich habe ich geübt ich glaube ich habe sechs oder sieben stufen gemacht in der kurzen zeit wo ich gewartet habe okay okay dann dann erwarte ich jetzt aber auch großes von dir bitte nicht das drängt mich nur wieder zurück aber ich konnte von meinem abo zocken tatsächlich auch einiges neues lernen na ich habe ja gehört zum beispiel du kannst jetzt links direkt zum boost rennen ach so ja ich weiß ich weiß das machen machen welche ich bin da noch so ein bisschen ah schön so langsam ich fall mal zurück ja ich bin schon im tor nein 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 was war das jetzt sind beide daran vorbeigesprungen ich glaube jetzt waren wir beide gierig nach dem ball ja beide aber synchron das war so gott okay davon muss ich den short machen unbedingt siehst du beide haben das gemacht alles klar deswegen habe ich die chance direkt genutzt sind beide zum boost gefahren bist du etwa schon warm gelaufen ja direkt rache hier geht ja gar nicht sehr gut also sehr schön ich muss dir gar nicht mehr sagen dass der linke direkt zum ball geht wie gesagt ich habe viel gelaufen ja ja das merkt man sofort ich bin von natur aus irritiert da kann man mich nicht mehr irritieren aber die sind aber hartnäckig auch weiß bloß jetzt nicht ah mist da war ich zu langsam ich muss wieder zurück und dein eigen tor ne schade ah man jetzt gut gekommen ich versuchte die ganze zeit abzufacken merkt man sehr schön was weiß jetzt nicht was ich da gemacht habe ich bin kurz weg jetzt bin ich wieder da dann bleibe ich jetzt hinten aber die spielen nicht im team nein 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 die stehen sich auch selber im weg aber böse ja und der macht den angeflogen der war easy reinzumachen das blöds von der band egal wir haben noch drei minuten und du weißt ja selber delta das ist mehr als sie ja ja oh macht er schon wieder dasselbe also ich mache direkt den ausgleich sehr gut ja perfekte doppelte abpralle jetzt kannst du ich gehe genau perfekt greifen beide nicht an also ich weiß nicht deren spielweise ist die haben beide einen auf fuhrwart gemacht aber jetzt hat der kollege den selber den ball weggenommen den habe ich nicht mehr gekriegt schade nein das wäre so schön gewesen ich habe sogar so viel trainiert dass ich mittlerweile rückwärts fahre ohne ende ja hab ich gesehen in einem video von dir ich hab den getroffen statt dem ball ja schade nein egal du machst jetzt den ausgleich achso jetzt habe ich erfolgsdruck mann das sind alle guten dinge drei will ich nicht unter druck setzen aber mach das tor ja ah scheiße ne du musst du musst zum ball ah ok wir greifen gar nicht an der eine ist afk alles klar das ist sehr gut keine lust mehr ne ist wieder da schade dass wir das nicht nutzen konnten und rein perfekt ne was hä jetzt macht er den rein hä doch gut was ist denn bei den egal hauptsache der ist drin hä und dann hä jawoll so ne situation hatte ich tatsächlich auch schon in einem anderen videos gehabt ah ich wollte den auch von der seite an mir rein kriegen schade ich komme zurück also was spielen die beiden gute frage ein bisschen geil genau aber kann sein dass ein paar schwächere gegner reinkommen da ich jetzt nur noch silber 3 bin ich bin so dumm oh Gott sei dank haben die das nicht bestraft jep oh nein oh schön 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 warte ich bring ihn rein nein er konnte ihn halten ich mach schon oh schade ah ich fahre gegen die wand da war die map zu ende böse map erstmal aufhalten ja in in der fahrerkabine heißt es gerade ein paar kopfschmerzen ok jetzt irgendwie wegkriegen ist aber ein komisches match ah irgendwie schon ja und tschüss Parade perfekt brauche ich tatsächlich noch für ein paar missionen von mir achso ja ja ok jetzt waren wir schon wieder synchron ja wir sind halt gut eingeschwählt das wie eins geworden mittlerweile und wieder eine glanzparade sogar ja versuch den reinzumachen oder reinzubringen er macht den selber rein ja perfekt yes dann passt dann passt mir halt nicht ist ok messi ne sehr schön stark also 19 sekunden komm erste match müssen wir holen direkt ein win wäre perfekt ja ah ich hab den gefailt ja aber der kommt ich wollte mich eigentlich drehen wollte er aber nicht so ne der hat er ich fall zurück dann greife ich an bin im tor hab ihn weg und er geht nochmal gefährlich in der ne leider nicht ja oh Mist passt erste sieg wunderbar tut mir leid ich muss ja einfach mal jubeln ja ne das ist ok erste runde erster sieg ich glaube ich glaube die regel ist du sollst nicht jubeln äh sorry du sollst nicht jubeln wenn du glaube ich 4-0 gewonnen hast und die Gegner bleiben drin also sehr hoch gewonnen hast und die Gegner bleiben drin dann aus Respekt soll man nicht jubeln aber ich glaube bei so normalen knappen Sieg brauchst du jubeln genau ich bin wieder Gold 1 oh Ben is back jetzt hab ich gar nicht drauf geachtet was ich war so nebenbei Freunde vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren ihr könnt auch gerne auf unseren Discord Channels vorbeischauen wir beide haben Discord falls ihr mal äh mitspielen wollt also zumindest ich mach im Moment auch Abo zocken könnt ihr gerne mal reinschneiden und natürlich Däumchen hoch für unsere Videos stimme ich zu genau ihr könnt gerne bei uns join ich hab nen Discord Kanal er hat nen Discord Kanal und wir sind beide verknüpft also ihr findet uns beide auf den jeweiligen Discord Kanal ja findet ihr den einen findet ihr auch den anderen wie ein Pickel am Arsch so das hab ich jetzt nicht gesagt hehehe nein nein alles gut uuuu uuuu ah ah Mist ich kam nicht mehr dran da wollten die Knochen nicht mehr so weißt du was mir bei dir aufgefallen ist wir müssen mal gucken ich glaube wenn wir ne Aufnahme machen dass du ein bisschen versetzt bist mit deiner Stimme dass du mich später hörst weil manchmal quatschen wir ähm gleichzeitig echt? ja das ist mir schon aufgefallen müssen wir mal gucken im Nachgang mal weil manchmal falle ich dir ins Wort obwohl ich dir gar nicht ins Wort fallen will ja ja ich war gut zugelegen ja gut ah ne ich hätte ihn eh nicht gekriegt ok du bist kaputt ich geh zurück der kommt direkt auf dich zu neiiiin nein nein ich bin auch wieder danach gesprungen ah egal 2-0 das heißt noch nix hier ah vor allem noch nicht mal eine Minute ok ok jetzt erstmal höchste Konzentration genau wo bist du? ja ich geh zum Ball ja oh das wäre so ein schöner Pass gewesen ich war leider nicht gut positioniert das passiert mir ständig also ich weiß wovon du redest ja den mach ich rein schön jup boah und ne Vorlage bekommen sehr schön guck mal wie ich angeflogen bin oh der war aber merk schon du bist deutlich besser geworden ich du musst ja oh der kommt gut der springt daneben das muss ich bestrafen das muss ich bestrafen du machst ihn rein nein nein ja 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 komm geh rein nein Millimeter er saft ihn es gibt es nicht der hat den echt noch gekriegt oh nein und dann ich hab dich weggekickt sorry ach alles gut der hat den echt rausgekriegt ich fass es nicht Scheiße den hat der wirklich muss ich zugehen sehr stark rausgeholt der war schon quasi in drin yes ja egal muss man ihn loben hat der stark rausgeholt leider ah Mist er steht blöd sehr gut den hat der auch leider kommt der wieder oh ich muss mir jetzt erstmal einen boost holen oh der bitte komm böse komm böse komm böse komm böse komm böse völlig nein ich versuche ihn reinzubringen nein ah die wissen aber auch was sie tun genau auf jeden Fall ich muss den ersten ich will keinen Konter kassieren oh nein den musst du holen sehr schön ich versuche zu passen oh das war gut nur falsche Richtung nochmal also das war ein geiler Doppelpass nur leider falsch hier auf jeden Fall warte hier mach ihn rein oh nein nein der hat den nein wir kassieren oh nein nein boah ja boah ich schwitze man sieht es nicht aber tatsächlich ich schwitze man hört es am Controller ist matschig nein da nehmen wir alle schon wieder fuck schnell aber ey geil wie wir jetzt Pässe machen können mittlerweile so es klappt immer besser ja er hat mich er hat mich weggeschubst ah nein du hast mich von bald weggegeben das war er achso er hat mich ja ja ich hab Aufnahmebeweis siehst du da ja der geht rein den hab oh oh jawoll sehr schön noch eins müssen wir machen oh das ist aber auch ein Krampf ja oh ich hab so Schweißhände oh so machen wir nicht dass mir gleich der Kontrolle aus der Hand flutscht er kommt wir dürfen kein Tor mehr machen ne ne ich passe auf oh schön gehalten ich bin ich bin im Backup ja der kommt gut in die Mütze ich versuche ihn ich hab ihn ja und ja 3-3 und Training macht sich doch bezahlt mega es wird echt anstrengend du gehst du gehst weil die Gegner haben echt was drauf ja ich denke wir spielen auf mein Niveau Gold 2 ist natürlich stressiger für die Profis da draußen die denken wahrscheinlich so ist doch nicht stressig nein 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 den kriege ich nicht mehr Mist aber noch eine Minute genau eine Minute au ja ja komm da ist noch vieles drin ok ich geh ich du gehst oh nein ich wollte ihn vorbeimogeln ok nix da nein 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 versuch mal in die Mitte nein ich hab den gefailt jetzt hat er mich auch zerstört ja die wollen gewinnen da blädieren die jetzt voll drauf oh shit der kommt zu hoch so schnell konnte ich nicht reagieren ja das mit dem zerstören ist jetzt echt schon ass ja das ist kein fair play ich geh rechts schon mit dem boost jetzt sind die wahrscheinlich auch noch stolz auf die Leistung auf jeden fall sind die da stolz drauf noch eins macht ihr nicht aber tut mir leid nein also ganz ehrlich ok schade aber ich muss sagen wir haben verdammt gut gespielt ja aber guck mal die tanzen nicht ähm ja trotzdem ne die haben stark gespielt respekt haben sie ja respekt haben sie aber trotzdem nicht cool gewesen von denen sind wir direkt mal wieder rein ne fühle ich nicht wir waren aber auch nicht schlecht ne allein unser Doppelpass war richtig geil nur in die falsche Richtung ja das nächste mal versuche ich dann in die andere Richtung jetzt habe ich wieder nicht geguckt welchen Rang ich glaube ich bin Gold 2 Mann ich vergesse mal zu gucken ja Gold 2 wo bist du ach du bist da alles klar schon mit an dem Boost what is that und go ja schon mal vorbei gemacht ach schade er hat aufgepasst jetzt mach ich wieder nur Mist tut mir leid das war tatsächlich Absicht uuuh und nein mach ihn nein Delta warum jetzt nein warum nein und die schießt daneben ja das nächste mal machen wir das Tor größer für mich na für mich auch ein bisschen alles klar uuuh du rastest langsam ein bisschen aus hier hab ich gesehen fängst an leicht zu fliegen du hast den geilen Pass gemacht in die Mitte und jawoll wow das muss ich sehen das war so genial ab in die Mitte du kommst bam rein perfekt das ist also muss Respekt sagen du wirst wirklich stärker ja aha haben wir noch Lust auf ein Duell mit mir hahaha das kommt noch aber guck mal hier kommt mein 2-0 und der geht perfekt eiskalt genutzt aus dem Tor schön von der Entfernung ja dass die so aufgeteilt waren und so gut ausgenutzt sofort ähm ich geh ich geh achso ok ah ne jetzt scheiße jetzt müssen wir beide jetzt wusste ich nicht ob du zurückziehst oje 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 homlich geht das jetzt nicht in die Hose oh der kommt böse der Abpraller ja ja nein der hat mich irritiert nein zu hoch Mist aah sehr gut und du ne und du machst ihn 3-0 ah ich bin wieder nicht geniast eiskalt genutzt nur ich muss wenn wir zusammenspielen muss ich auch mal langsam dazu kommen mal ein paar Tore zu schießen des her biete ich dir gerade nur Vorlagen boah das Team macht das also deine Vorlage hier war mega geil ja stimmt wohl na jetzt habe ich nicht gut betroffen ich bin hinten alles gut nein ich wollte ihn so schön rein machen ah sorry das war gar nicht mein Ziel sorry 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 ah jetzt wollte ich jetzt hast dich leider umgedreht bis ich mit Boost kam Mitte ah er konnte ihn halten rückwärts nochmal rückwärts ich bring ihn rein ne ne die blocken ich fall kurz zurück mein Gott ich brauch nen Überblick war mir grad ein bisschen zu heikel ja die müssten eigentlich bei 3-0 langsam ein bisschen aggressiver spielen Fall kommt er macht ihn rein jetzt aber ok ja ja die klopp die sollten aber nicht zu aggressiv sein da wir aggressiv spielen ah nein jetzt habe ich und ich hab grad doof gedacht ich hatte zwei Gedanken in einen Gedanken das war nicht gut ja ok da manchmal mach ich so keine Aktion und jetzt spiel ich wieder wie so ein Noob das passiert manchmal Ball eins gegen eins da kann ich nichts dafür ah ah ok ja ich hab jetzt nicht drauf geachtet wo du warst ich bin die ganze Zeit voll auf den Ball gefokust und verobachte das geschehen ja der Ball kommt und den machst du den machst du den machst du schade ne der war früher am Ball als ich der kommt ich hab den fast gehabt der kommt jetzt kommen die ran das kann nicht wahr sein ja ja wir werden übermütig ok ja der hat den abgefälscht deshalb bist du nicht rangekommen ja nein 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 oh fuck nein das machen wir beide ja extra wir wollen die Spannung steigern natürlich an die Zuschauer wir machen das alles grad extra wir machen jetzt das 4 zu 3 alles gut genau du gehst jetzt zum Ball und machst das 4 zu 3 ich geb dir einen perfekten Schuss zack siehst du so läuft das schade nicht ganz ja oh der war eigentlich gut pass ich hab keinen Boost ich kann oh nein er fliegt daneben hätt ich das gewusst wär ich weiterhin zum Ball gegangen ich hab immer noch keinen Boost was macht der? alles gut ah die verwirren mich warum musst du keinen Boost? Mist oh er hat gehalten ok ich hab Boost ja ja der Ball ist frei ja ich hab ihn jetzt erstmal oh ah den kriegst du nicht der geht nicht oh ich hab Parade Gott sei Dank es kommt wieder unsere beliebte Situation gleich oh nein und zwar die Verlängerung ne das versuchen wir noch zu verhindern oh nein ich kam nicht dran aber ich hab ihn aus Versehen zerstört oh nein ich bin drunter jetzt nur kein Tor kassieren ne ne alles gut der geht vielleicht rein der geht rein der geht rein ja klasse das war genial das war richtig genial er hätte auch nicht den Boden berühren dürfen er hätte auch nicht den Boden berühren dürfen und wie der hinter der Linie aufkommt sofort gewonnen Wahnsinn ich spring nicht weil die haben einen starken Comeback gemacht oh die haben wirklich ein gutes Comeback gehabt wer hat der Ball vor der Linie gewesen Verlängerung sofort ja genau das ist ein hässlicher Rahmen das ist ein hässlicher Rahmen bloß gut dass wir das gewonnen haben okay soll man noch ein Match das war auch schon die dritte Runde jetzt ne ja willst du noch ein Match machen oder klar ja komm okay auf jeden Fall ich bin da so grad drin jetzt hab ich wieder nicht auf die Punkte also ich muss sagen besser geworden bin ich auf jeden Fall ne auf jeden Fall die waren Gold 1, Gold 2 genau wie die auch also das soll jetzt nicht herablassen klingen aber okay die waren jetzt nicht so stark fand ich ja vielleicht liegt es auch einfach bloß am Teamplay gerade ja okay wir beide können uns absprechen klar da ich kein Klotz mehr am Bein bin achso uh der kam gefährlich ja der kommt wieder gefährlich genau wie der aber den hab ich gut wegbekommen und der macht den ne ah gut dass du ihn gekommen hast ich hab ihn nicht ganz getroffen den hab ich gekriegt versuch ihn reinzubringen ah leider hat der kommt nicht ah leider nicht gut Mist schön ich hab keinen Boost ich werd zerstört ich hab keinen Boost mehr nein haste schön der wollte zu viel spielen oh ne die machen das die ganze Zeit jetzt sind die voll auf Zerstörung aus hier egal ich mach das scheiß Tor das verdienen die Offen so sehr und 1 zu 0 das war jetzt so Karma ja diese scheiß zerstören jedes Mal sehr gut du hast ihn mit ins Tor gedrückt hat der verdient ich glaub der hat dich auch zerstört genau irritier mal oh sehr gut gemacht muss ich jetzt ehrlich sagen oh der erste gut sehr gut sehr gut nein oh Parade ich hab gar nicht gesehen wie ich ihn berührt hab bin ich jetzt ehrlich ich hab echt nicht gesehen wie ich den Ball berührt hab nein ich krieg den nicht mehr ich war jetzt voll verwirrt Mist ich war etwas neben der Spur muss ich sagen na egal machen wir jetzt du musst zum Beispiel der ist aber auch ein Turniersieger ne ja gefühlt ist das hier irgendwie jeder ja hab ich auch so das Gefühl steht eigentlich bei jedem Namen Turniersieger nur bei uns nicht ah ich hab noch nie ein Turnier hier gemacht der war eigentlich gut jetzt mach ihn nein mach ihn nein nein ich musste zurückziehen ich hab den zurückgekickt bin ich doof boah Gott sei'n hab ich ihn aus der Gefahrenzone wegbekommen boah aber wie jawoll mach ihn nein 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 parade nein die mahren den Konter nein sehr schön nix mit mir hier uh der kommt gefährlich ich muss nen Boost holen Glanzparade aber den Nachschuss krieg ich nicht ja ja schade leider genau aber wir halten uns gut ah ärgerlich man äh ich geh äh ja ich bring ihn rein nein wieder unter dem Ball ich hasse das wenn das passiert oder auch nicht doch jetzt nein ich bring ihn rein ne der Gegner ne der Gegner jetzt mach mal Druck komm zu dir der kommt gefährlich der ist drinne yes Ausgleich perfekt war ein gutes Tor ja wir haben jetzt richtig Druck gemacht ja das ist auch zu viel für die boah so aber den Druck machen wir direkt weiter ich geh auf jeden Fall wir bleiben am Ball jetzt sind die nervös ich hörs ah schade ich geh ins Tor perfekt versuch die irgendwie zu nerven kommt in die Mitte pass auf jawohl fahr den Konter mach ich auch jawohl du bist es jungen boah ey aber das ist das geile Taktik gewesen dass ich die Duelle mittlerweile meistern kann wow ja das nutze ich dann auch brutal aus ich geh oh er kommt ok macht er nicht gut nice nein 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 oh ich hab den gar nicht gesehen genau mach ihn weg ah sehr schön oh ich kann mich selber nicht dran der kommt genau sehr gut oh nein er macht scheiße ja ja das ist schön dann mach ich den sehr gut sehr gut ich hab's aber auch an ihm vorbeigemogelt ja der war gut war knapp ok jetzt wo du gehst geh ich ich mach ihn mit einer flug einladung guck dir da dann guck mal ich wollte reinfliegen hast du gesehen? ja zählt nicht zählt nicht wenn du ins Tor fällst ach die haben aufgegeben schade ja dann hier es hat grad so Spaß gemacht stark wieder schön das hat wirklich grad echt Spaß gemacht boah wir haben zwei Siege hintereinander geholt stark zwei Siege zwei Siege und drei von vier ich bin jetzt wieder auf Gold 1 Liga 3 ah ja und ich bin Gold 2 mein Gott das hab ich auch mal geguckt Wahnsinn so dann würde ich sagen wir verabschieden uns von der Folge war auf jeden Fall eine geile geile Runde boah von vier Matches drei gewonnen ist eine starke Leistung und ich muss wirklich sagen wir haben schon oft drei Matches gewonnen aber das Zusammenspiel mit dir das funktioniert immer geiler also wir werden ein Team ja ich wie gesagt ich trainiere wie ein Irrer ja hab ich sofort gemerkt auch wo du da angefangen hast schon teilweise zu fliegen wo ich dachte ah jetzt will er das wissen ja stark das hab ich im Übrigen aus meinem Abo zocken gelernt ja hab ich gesehen man merkt auf jeden Fall eine Steigerung also ich freu mich wenn ich wieder gegen dich antreten kann werden wir auf jeden Fall machen demnächst das wird diesmal aber nicht so einfach ja ich merke es schon ja ich bin richtig heiß jetzt darauf geworden okay dann würde ich sagen wir verabschieden uns alles klar Leute genau wir haben wirklich diese Verzögerungen drin wenn man merkt das müssen wir im Nachgang mal drüber sprechen alles gut Leute wir schalten jetzt ab wir sind ein bisschen ja crazy drauf wir sind raus und vergesst nicht unsere Kanäle zu abonnieren und die Däumchen nach oben zu lassen genau Ciao Ciao Ciao.